Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Empyreon. Das macht der schnell! Und das ist... Springt auf! Warte, warte, schnell. Das ist Kaiser, das ist Miners. Nein, diese Ansage, du hast 3, 2, 1 Wunden und labert los. Wird egal. Weiter geht's. Dann krieg ich dich wieder ein, jo. Zur Mutti. Let's go to the Alien Town. Yes. Wo ist denn der? Wir machen hier die Easy Rider. Hast du nicht aktiviert in deinem PDA, Herr Kaiser? Aktivier mal noch. Aktivier mal, dann siehst du das mich auch. Wir warten mal ganz kurz. Genau. Ne, ich glaub im Single Bear macht er das, aber hier im... Ja. Guck mal hier links. Herr Kaiser, hier links. Hier ist Essen. Ah, also du... Hier ist Essen. Steht Essen. Gewürzt. Kann man natürlich auch essen. Ja, aber sowas sollte man sammeln. So, wir fahren jetzt. Wow. Let's go surfen. Autsch. Ja, das ist auch nicht so ganz synchronisiert, gell, mit den Mopeds. Das war schon mal... Ne, das ist nicht... Sie fahren auf jeden Fall und rutschen nicht nur. Also, zumindest sag jetzt mal die Richtung stimmt nicht. Ansonsten... Ne, genau. Ich meine nur die Fahrtrichtung stimmt nicht. Ja. Also der fährt halt rückwärts oder seitwärts oder sowas in der Art. Oh, es geht einen Berg hoch, Jungs. Links? Bei mir ist der... Ja, links ist ein Canyon. Hier geht's hoch, wo ich fahre. Ja. Folgt mir nicht. Oh je. Oh je. Nice. Am gut fahren, ne? Ja. Ich finde... Folge dir durch den Canyon. Ich komme oben lang. Oh je, ist das schnell. Nur 300 Meter hinter. Ein Keiner. Ja, ich bin im Baum hängen geblieben kurz. Okay. Kurz. Wie? Was ist er? Oh, Aua. Hilfe. Oh, ich bin schräg. Moment. Gleich habe ich mich wieder. Jetzt fängt er sich langsam wieder in die Richtung. Oh, ach. 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 Ich finde das richtig schick. Also, das muss man schon sagen. Er sieht extrem gut aus, ja. Oha. Oh, was ist das denn? Hä? Was ist denn? Ich stehe auf dem Kopf. Ja, das kann passieren. Aber dann mach das doch nicht. Ist doch unangenehm. Das sah lustig aus. Ich dachte, ich springe über diesen Graben drüber und... Ne, der hat sich komplett festgesogen. Du hast es noch nicht gemacht, ne? Den Alien-Tower kennst du noch nicht? Nein, nachher. Gar nichts. Gut. Okay. Dann war ich noch. Und Kaiser auch. Aber... Oh Gott, geht's tief. Oh. Ich bin geputzelt. Ich bin am Kopf. Wir können uns da vortreffen. Ist nicht so schlimm. Oh Gott. Nein. Fuck. Was ist das denn? Also... I am the... ...interessanter Objekt. Okay. Okay. I'm on my way. Oh Gott. Okay. Mir hat keiner gesagt, dass Offroadfahren so schwierig ist. Ja, kack. Boah. Ich fahrs grad rückwärts. Ich rutsche. Das ist Strong Signal. Coming inside from the tower. Das ist bei euch auch in Englisch? Ja, gell? Ja. Oh Gott. Das ist nicht, wo dieser Tower ist. Ich seh'n Tower auch nicht. Ach, komm zu mir. Ja, das ist das Problem. Spielgeister, hast du der Tower entdeckt? Ah ja, das war. Ähm, die Stecke im Baum? Ne, jetzt geht's. Jetzt seh' ich ihn, ja. Jetzt wird er wieder eingeblendet. Wie lang, wie nah darf man ran? Völlig, ganz ran. Okay. Okay. Wow, wie cool das aussieht. Cool aus, ja. Okay, ich packe jetzt mein Moped davor. Also nicht, dass jemand es gefreut hat, einen Screenshot zu machen, aber... Nein. Gute Idee. So, Pistole raus. Wow. Okay, warte mal, ich brauch' Vordergrund macht Bild gesund. Vordergrund macht Bild gesund? Sagt der Fotograf so. Ja, wenn du was im Vordergrund hast, dann machst du ein Bild schöner, weißt du. Was kommt jetzt? Naja, ich mach' jetzt hier die Sonne mit rein und dann haben wir hier schon... Einfach nur hübsch. Hübsch. Hübidi hübidi hübsch. Hast du grad geschossen? Der hat sich hier löst. Das sagst du, das kannst du den Aliens gleich erklären. So, alles klar. Wir sind an dem Tower. Was müssen wir tun, Herr Fleischhammer? Müssen wir rein? Müssen wir rein? Krass, wieder jetzt rein. Waffen zücken, wollen wir mal Licht an, Licht ist an, oh es knistert, hört ihr das? Müssen wir da runter? Na dann mal los, los. Oh, ups. Ah, oh nein. Ich bin nicht drin. Nein. Ich bin der Kaiser. Was ist das denn? Warum sagst du denn nicht, dass wir runterspringen müssen? Naja. Rundsicht nicht. Also ich wusste schon mal, der Kaiser ist gesprungen, na gut. Ich bin gefallen, ich bin nicht gesprungen, ich bin gefallen. Ja. Das macht der Kaiser das alleine. Was macht er denn jetzt? Er verlegt ja alles. Du musst doch unterstehen. Da steht doch, Herr Kaiser. Das Ding ist close to you. Ja, sag mal. Also ihr müsstest beim Kaiser einschalten, wie er das uns vorführt, wie diese Mission funktioniert. Ich hab absolut keine Ahnung. Er stand unten. Das ist ja doof. Dass das Ding ja gerade mal... Willst du aufschießen? Ich überlege gerade. 50, 50. Nee, können wir nicht. Was war das denn? Da muss der Kaiser das machen. Im PDA gucken, Herr Kaiser. Also Trapped inside. There is a lever activated. Du musst einen Schalter drücken oder eine Druckplatte. So the lights stay active. So the lights stay active. Okay. So. Das ist cool aus. Ich bin wieder hier gefangen. Okay. Warte. Komm mal. Hattem. Ihr habt da irgendwo ein... Bewegt euch mal. Warte, warte. Ja. Herz. Behind the red panel. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Ja. Ist tot. Ist tot. Oh, es sind noch mehrere. Oh Gott. 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 Auf die Eichel. Genau. Ja. Und das bei dem schönen Sonnenschein. Shit, die Gitte. Warte es jetzt. Hast du auch einen Fehler? Ich auch. Ich auch. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Den Giftbiss. Fuck. EG. Tut mir leid. Ja, den Giftbiss habe ich auch. Looten. Fast loot. Licht an. Hier ist noch einer. Irgendwann ist er noch. Zweifel. Wo kam die her? Aus den Seiten oder was? Wie eklig. Geht noch irgendwo einer. Auf der anderen Seite. Mit dem Kernzustellen oder was? Ja. Ja. Level 4. Dann machen wir jetzt mal verarschen. Was ist das für ein Sound immer? Geht nicht kaputt. Das ist der Sensor. Das ist der Sensor. Ah, da oben der Sensor. Okay. Auf die Platten verschießen. Was? Da ist noch einer. Wo kommt der denn her? Da ist noch einer so her. Urschloch. Nein, normalerweise. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe noch. Alles durchgejagt. Ja. Normalerweise. Spawn 2, 3. Ja gut, wir sind da 3. Scheik pro Nase. Aber gut. Oder bist du hier in der Nähe? Nee, ich bin da. Okay. Ähm. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist so viel. Ja gut, aber viel Feind, viel Ehr, ne? Natürlich, ja. Nicht mal einer, der muss nicht sterben. Das ist dramaturgisch. Der Kaiserspakt, der Schwarze, der immer stirbt. Ja. Okay, dann let's go home, weil ich habe ein Giftbiz am Stil. War schon, ja. Willst du von mir Gift haben? Äh, Antigift. Antibiotische Salbe, oder? Nee, warte mal. Ich habe doch irgendwas zum Essen, oder? Warte mal. Alienzahn, nein. Ach, ist alles geschimmelt. Schande. Ja, es tut mir leid. Nee. Kann ich dir leider nicht behelfen. Muss leider sterben. Fahren wir nach Hause? Sind wir schon fertig hier? Was haben wir denn jetzt? PDA-mäßig hier noch. Achso, ist schon fertig, der Tower. Was haben wir dafür gekriegt? Ja, ja. Nix. Einfach nur viel Feind, viel Ehr. So, und jetzt können wir das... Das Vessel aktivieren. Ja. Back to base, sagt er jetzt auch. Jetzt sagt er uns. Ja, genau. Let's go. Wo geht's nach Hause? Ich habe keinen Plan. Ah, Wreckage habt ihr nicht? Gigapokate? Doch, doch, doch. Okay. Oh Gott, im Dunkeln. Hier durch den Wald. Mhm. Das gibt ja ein Ding. Ich bin eben kaum den Berg im Hellen runtergekommen. Ich bin... Hoffentlich komme ich überhaupt an. Weil... Weil tot? Mein Leben geht so ganz... Aber so manche Pflanzen helfen noch gegen Giftbisse. Das weiß ich, weil ich... Ja, ich habe gerade voraus meine Hautverbrennung nicht. Aber zumindest... Leben geht hoch. Und ich habe Honig gerissen. Ne, natürlicher Süßstoff. Mit anderen Worten. Und ich... Oh Gott, wie seid ihr denn hochgekommen? Ja, einfach... Nehmt der? Drauf zu und hoch. Das ist ein Bergzecker oder was? Wow! Das Problem ist, dass du es nicht siehst, wo es tief runter geht. Das merkt man dann nur, wenn man auf dem Kopf steht. Okay, Turbo bergauf ist eine doofe Idee. Das geht kaputt. Schlimm. Oh mein Gott, ey. Du musst die Leertaste übrigens gedrückt halten. Shift, festhalten und dann die Leertaste drücken. Dann macht der Turbo. Ja, aber nicht wenn du so ein Berg hochfährst. Oh, ja. Hab ich gerade gemerkt. Du machst ein Call Sievers. Ah, ja. Oh, 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 oh. Boah. Ich wünsche mir, es wäre wieder der Tag. Weil er hat so nicht so richtig... Als ob er sich irgendwie aufladen muss oder so, ne? Funktioniert nicht. Es macht nicht dauerhaft, ja. Let's go, Saturn. Ich bleibe an so einem Mini-Stein hängen. Normalerweise müsste er sich doch den Lenker in den Hoden rammen, dass es hier erscheppert, ne? Also... Ich fände es cool, wenn man über den Lenker fliegen würde. Ich meine, es würde jetzt schon fünfmal passieren, in dieser Folge, aber... Ja, das wäre, glaube ich, ganz schön nervig. Nach der Weile. Manchmal siehst du ja die kleinen Steinchen nachher. Und dann diesen, wie heißt der, Henry-Sound. Ne, wie ist er hier? Der... Au! Ja, ich kann diesen Schrei nicht machen. Der ganz hohe, nicht? Ja. Ja. Ich finde beim... Ich habe mein Moped schon wieder in der Tasche. Hä? Ach, ich habe mein Moped. Ich bin abgestiegen, habe es aus Versehen aufgenommen. Aus Versehen. Ja. Lebst du noch? Back home. Sehr gut. Mit dem Kaiser? Ja. Hinter mir. Ah, klar. Man sieht schon, wer hier im Motorrad fahren kann und wer nicht. Ich nicht. Ich bin da. Ich habe nur mein Problem mit Kuchen, ne? Plump. Zack. So, wenn wir jetzt noch eine Aufgabe haben. If you went to your first base, build a core, a solar panel and a capital... Capacitator... Capacitor. Capacitor. Capacitor? Capacitor depleted. Also, ich habe schon mal vorbereitet, ein Solar Panel und einen Energiekondensator. Mach noch ein Solar Panel. Und... Wovon haben wir denn Licht? Dieser Rucklack geht mir auf ein bisschen auf ein... Ach, das sind eure Lichter, die sind so stark. Ja. Ach so. Also, die Waffe hier hat normal kleines Licht drin. Da brauchst du nicht mal irgendwie anschalten oder so. Ja, aber das eigene, das Anzugslicht ist auf jeden Fall stärker. Und L ist heller, ja. Ja. So. Ach, das Robinson-Protokoll sieht sogar vor, dass wir dieses Raumschiff zu unserer Basis machen. So sieht's aus, ja. Hast du denn irgendwie eine Lücke gelassen, wo wir den Core jetzt reinballern können? Ja. In die Decke. Okay. Ich habe natürlich nicht darüber nachgedacht, aber in die Decke. Wie kommen die da rein, in das Ding? Äh, es gibt hier noch einen besseren Eingang, hier hinten. Ach so, der Boden ist ja wieder ganz genau. Naja, nicht alles. Also, im Echtsein, nee, nicht der Boden, nein. Wir könnten das hier schnell raus... Ja, ja, machen wir. Warte, ich entferne das. Ups. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe die Rampe einmal rausgefahren. Ah. Okay. Entfernt. Ach so, ich dachte, du wolltest den Kern da reinsetzen. Nee, nee, wir machen jetzt erstmal, dass wir auf so'n Logen können. Das wär doch. Hier ist was... Nur nicht alles weg, dann bricht's uns zusammen. Hier beim Vorm Spielekreiser kannst du noch einen reinsetzen. Was ist so gut wie neu, oder? Ja. Gut. Ready? Und tschüss. Ganz stabil der Gram, ne? Ja, Gott sei Dank. So. N. Aua. Ah, du musst... Du kannst dich nicht zerstören, auf zu brutteln. Du kannst dich nicht zerstören, weil er den Kern nicht für alle freigegeben hat. Ach so, ah. Alles klar. Gute Idee. Äh, mit P. Risch. Geräte. Kern. IT. Nee, du musst da hier. Ach so, privat. Sünd. Alles klar. Ah, so, jetzt können wir entfernen. Kannst du reinsetzen? Hier hast du noch zwei Stück? Ich hab zwei Stück, ja. Warte. Warte. Ich hab Fleisch in der Tasche. Na da und hier. So meinste. So, warte dann mich. Ja, das Ding muss auch noch raus hier. Ja. Oh Gott. Ja. Hä? Was ist denn das? Hast du denn noch eins? Was? Ich seh keins. Oh, ich fall durch. Hä? Was ist denn das? Ja. Ich hab Durchfall. Wieso fällst du denn durch und bei mir ist es noch da? Ah, okay. Ah, ist nicht so wild. Bauen wir einfach einen Steinleck rein. Zack. Ah, danke. Jetzt machen wir die anderen noch weg und dann können wir ja nicht gescheit laufen. Together we are strong. Nicht die Strahlen kreuzen. Oh Gott. Machen wir jetzt direkt das erste Solarpanel an. Kannst du kurz mal mir Steine geben, dass ich mich das gleich auffüllen kann? Ich hab so ein bisschen Angst um unsere strukturelle Integrität. Hol sein. Schotter hab ich, danke. Nee, Jackie gibt mir bestimmt mal zwei, drei Blöcke. Hier. Genau. Warte. Da. Oh. Danke, Onkel. So, jetzt wollen wir mal gucken. Kommen wir hier irgendwie aufs Dach? Schon ne Lösung gefunden aufs Dach zu kommen? Ja. Ne, wir können doch eine billige Treppe bauen jetzt erstmal aus dem Schotter. Oder sind die zu stabil, um die wieder wegzunehmen? Ne, ne, das geht schon. Oder kann ich nicht aus dem Beton plötzlich ne Treppe machen? Ich könnte ne Treppe machen. Na, dann mach du mal. So, Herr Kaiser, komm, wir nehmen den restlichen Boden noch raus. Eins, zwei, drei. Mhm. Ähm. Essen ist in der Mache, da kommt ein bisschen Fleisch. Ja. Das ist gut. Wenn ihr Fleisch habt, haut's ruhig rein, ey. Ja. Ich brauch immer noch Giftpiss. Fuck. Siehste? Was essen? Ich hab noch Honig. Ah, Honig hat ja nicht geholfen. Äh. Moment, hier sind irgendwelche natürliche Stimulantzen. Na fuck. Das ist von unten jetzt die Aschlinie. Giftpiss gegen armvisiert. Nee. Verwirft. Wagen. Giftpiss gegen Machenstimmung. Nein, läuft. Also Durchfahr hast du was? Ja. Ist das hier? Ganz rot drin. Hilt? Nicht. Ähm. Ups. Nicht das Fahrwerk wegnehmen. Haben wir hier irgendwas basteln? Wir hören leise im Hintergrund Checkmummeln. Ne. Wir versuchen abzuwenden zu sterben. Denk, 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 denk. Ja. Antibiotika? Nein. Ich hab hier maximal eine Dingsmarsch. Ja, so. Kräuterblätter. Haben wir nicht. Das ist ein Sound, oder? Kannst du aber einen Beat draus machen. Du, 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 du. Ich werde meinen ersten, zweiten, tot. Schön. Ich lass dir da was nach Hause nehmen. So, dann brauche ich mal eine Treppe. Hier. Lassen wir einen Spind da, falls wir Besuch kriegen. Ja. Sieht doch gut aus. Oh, das hat eben so grummelt. Stimmt, wisst du, wie lange wir brauchen noch, bis wir den, also wir brauchen noch eine Weile, bis wir das Multi-Tool haben. Äh, mit einem Multi-Tool, mit Multi-Tool braucht man, ähm, diese komischen Prometrium-Pallets. Ja. Und die finden wir erst, wenn wir das komplette, äh, Schiffel gefunden haben. Das komplette, wie heißt die? Ehrlich? Ja. Halleluja. Titan oder so, Titan. Also wir können in unserer Basis jetzt zumindest schon mal nochmal laufen. So. Inwieweit das vorher möglich war. Willst du helfen? Nee, 100 ist nur eine schnelle Sache. Danke. So, dann stellen wir ein paar Barren her, nö. So. So. Ah, cool. Oh Gott. Direkt wieder ins Rennfall. Soll ich hier die Ecke durch den Klotz ersetzen, damit wir hier besser hochkommen? Ja, ja, auf jeden Fall. Nice. Ein bisschen das Dach abrasieren noch. Moment, ist gleich da. Jetzt. Können wir hier auch noch eine Treppe. Ich hätte noch eine Treppe im Moment. Oh. Also wenn man auf einer Struktur springt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, genau. Auf der Kante der Struktur. Ja, du rutschst halt so über die Kante drüber, ne? Ja. Dann bist du mal eben ganz schnell. Oh, oh, oh. Zack. Zack. Gut. Sehr schön. Keinster hat mir erschossen. Es war so schön. Ja, ja, ja. Es war so schön. Und damit sind wir einfach gestorben. Und damit sind wir einfach gestorben. Und damit sind wir einfach gestorben. Herzlichne danke zu Kauen. Ich würde dir jetzt auch gerne was essen. Du würdest das gerne abmoderieren? Ja, mach ich gerade doch schon, oder nicht? Ach so, entschuldige bitte. Entschuldige bitte. Und deswegen mach ich ja auch den Schluss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir machen Schluss bis Dienstag. Wir haben uns einfach reinquatschen. Es ist gar kein Problem. Ich hab das letzte Wort heute. Bis dahin. Tschüss.